Hallo meine Damen und Herren, ich wollte nur kurz, weil heute die Espanola da geholt wird. In der Woche schnell, also ein Schauvideos ist die Espanola. Also heute, was bei meiner Schau mitgegangen sind, bei meiner ersten. Das ist mein Lieblingskolb, die Aprikosa. Und dann haben wir noch die Klamour. Und die Zermunde, die war schon da, und die Pikolosa, wo es kommt, und die Fäbel, die wird auch irgendwann kommen, die kleinste. Und tschüss meine Damen und Herren.